Marcel Taylor, ihr seid Präsident vom Oberwahl in Sertambur und Pfeiffer-Verband, welches Heito jetzt gut feiert. Was bedeutet so ein Fest für einen als Präsidenten? Das Fest Heito bedeutet folgendes. Wir kommen einmal im Jahr zusammen. Für die Geselligkeit zu freuen, für Wettbewerb zu freuen, für das zusammen schön zu haben. Was könnt ihr für ein Fazit ziehen bis jetzt? Also Fazit bis jetzt ist an der Bombe-Sache, so wie alle Jahre. Es ist unwahrscheinlich wie jeder Verein. So seht ihr ein kleiner oder ein grosser. Und jede Gemeinde, seien es eine kleine Gemeinde oder eine grosse Gemeinde, wie jedes seinen Beitrag dazu leistet, für ein stolzes, einmaliges Fest zu erleben. Ihr selber spielt Heito hier auch mit. Was fasziniert daran, die Tambur zu sein? Ja, da muss ich weit zurück. Wenn man schon seit 43 Jahren selber trommelt, selber jährlich beim Wettspiel mitmacht, dann geht es nicht mehr um Faszination, sondern um Leidenschaft und Herzblut. Und was stellt jetzt Heito noch vom Programmferienbesucher her? Der Heitigtag ist jetzt einer der schönsten. Freitag, Samstag haben wir Wettspiel gemacht und Heito sind wir jetzt in der Galauniform hier. Heito präsentieren wir. Jetzt haben wir gerade im Nini die Mess, nachher die Veteranährung und im Zweiter Grossfestumzug.